Hallo, ich bin die Mathilde und ich komme aus Frankreich. Und ich habe jetzt erfahren, dass am 20. März 2011 die Landtagswahlen sind. Und jetzt will ich wissen, was ein Landtag ist. So, Erkern, wo sind wir denn jetzt? Ja, herzlich willkommen im Plenarsaal des Landtags um Sachsen-Anhalt, dem Herzstück der Demokratie in unserem Land. Hier kommen die Abgeordneten einmal im Monat zur Plenarsitzung zusammen, wo sie die wichtigen Entscheidungen für unser Land treffen. Und was ist genau ein Abgeordneter? Eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter, das sind Menschen, die vom Volk gewählt werden, bei der Landtagswahl einmal alle fünf Jahre die wichtigen Entscheidungen und Beschlüsse für unser Land zu treffen. Und wie treffen Sie Ihre Beschlüsse? Wie läuft eine Abstimmung ab? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. In der Regel wird da offen abgestimmt, dann wird ausgezählt vom Präsidium. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass namentlich abgestimmt wird. Da wird jeder Abgeordnete einzeln aufgerufen und in bestimmten Fällen wird dann auch noch geheim abgestimmt. Das ist vor allem bei Personenwahlen so. Und dann ist das Klassische mit Stimmkarte, Urne und Stimmkabine. Und wie ist das jetzt? Also mit der Abstimmung habe ich verstanden, aber eine Frage stelle ich mich noch. Wie können sich die Abgeordneten die ganzen Gesetze merken? Da haben Sie sehr viel Papier. Da gibt es Drucksachen mit einer Drucksachennummer, wo alle Anträge, alle Gesetzentwürfe, alle Beschlüsse niedergeschrieben sind. Die gibt es natürlich auch als Dateien online für PC, iPad und Laptop, aber natürlich immer noch in Papierform. Ah, okay, so funktioniert das also. Aber mich würde noch interessieren, wer sitzt eigentlich da? Da sitzen die Vertreter der Landesregierung. Das ist der Ministerpräsident mit den Ministern. Der Ministerpräsident wird von den Abgeordneten gewählt. Und zusammen mit seinem Kabinett ist er dafür zuständig, die Beschlüsse der Abgeordneten in der Praxis umzusetzen. Ein Beispiel, Schulgesetz. Die Abgeordneten beschließen ein neues Schulgesetz. Dann muss die Kultusministerin mit ihren Mitarbeitern das in der Praxis regeln. Alles klar. Und wofür ist eigentlich die Tribüne da oben? Die Tribüne, das ist für die Besucher und Besucherinnen. Es kann Einzelbesucher kommen, es können auch Gruppen kommen, denn unsere Sitzungen sind öffentlich. Und jeder, der will, kann sich anmelden und bei einer Plenarsitzung dabei sein. Selbstverständlich sind hier auch die Vertreter der Presse, Rundfunk, Fernsehen, Zeitungen, damit die Leser, die Fernsehzuschauer alles erfahren, was die Abgeordneten hier im Landtag für sie beschließen. Vielen Dank, Herr Kern, für diese ganz interessanten Informationen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr auf unserer Webseite www.programmplatz40.tv gucken. Dort findet ihr Informationen rund um den Landtag und um die Wahlen am 20. März. Ich verabschiede mich, a bientot, eure Mathilde.